Vergeben heißt nicht vergessen. Manchmal hören wir Leute sagen, ich vergebe dir und es ist vergessen. Nein, nein. Vergeben heißt nicht vergessen. Wir vergessen nicht. Vergebung heißt, sich zu erinnern. Vergeben heißt, sich an das zu erinnern, was uns geschehen ist und bereit zu sein, sich zu entscheiden, der Person zu vergeben. Freunde, nur Gott kann Leben verändern und Sünden vergeben. Und er legt eine Haltung in uns, wie die von Josef, der unser Vorbild ist dafür, anderen zu vergeben. Wenn die Dinge also nicht gut laufen, wenn sie einen schlechten Tag haben, eine schlechte Woche, einen schlechten Monat, investieren Sie in andere. Lösen Sie sich gedanklich von sich selbst und setzen Sie andere an die erste Stelle. Seien Sie geduldig. Manchmal dauert es, bis der Traum wahr wird. Und seien Sie bereit zu vergeben, weil diese Haltung Sie hoch fliegen lässt und sie zu dem Menschen macht, den Gott möchte.